Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm. Ja, das Industriezeitalter, es steht nicht nur vor der Tür, wir haben sogar schon das Industriezeitalter, wie ich sehe, sind die Osmanen auch schon im Industriezeitalter angekommen. Ja, ein dunkles Zeitalter steht uns bevor, das werden wir kriegen, aber ich denke, das wird keine großen Auswirkungen haben. Die Norweger kriegen wir hier, denke ich mal, auch noch ganz gut weg. Diese beiden Schiffe könnten wir tatsächlich sogar beide verlieren. Ich muss mal gerade gucken, kann ich mir hier noch irgendetwas Sinnvolles kaufen? Ein Freibeuter. Ey, ganz ehrlich, ich gönne mir jetzt einfach mal einen Freibeuter. Ich halte auf der See gegen die Norweger. Ich hole mir jetzt einfach mal einen fucking Freibeuter, warum eigentlich nicht? Ja, ich habe mal geguckt in meinen Städten, wie es hier mit Energie aussieht. Hier steht tatsächlich, ich brauche noch keine Energie. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich aber, also, ich weiß nicht, war das nicht das Industriezeitalter, wo man Energie dann gewinnen muss? Arbeiten zum Beispiel die Banken hier nicht effektiver, wenn man sie mit Energie versorgt? Ich meine, da wäre irgendwie was. Ich meine, mich zu erinnern, wenn ich hier so draufgehe zum Beispiel und ich gehe hier auf die Gebäude. Ich meine, bei der Bank steht dann irgendwann, dass sie wesentlich mehr Gold produziert, wenn ich sie mit Energie versorge. Mal gucken. Ich schaue erstmal hier, wie es aussieht hier in der nächsten Runde. Schauen wir mal, ob meine Schiffe überlegen. Okay. Lol, meine Schiffe hat überlebt. Ah, nee, jetzt. Jetzt werden sie es, wenn ich... Oh, Freunde, wenn das mal kein Fehler war. Wenn das mal kein Fehler von euch war. Alter, guckt euch mal die diplomatische Gunst an. Das ist der absolute Wahnsinn. Und sie möchte einfach nur unser Eisen. Ganz ehrlich, Eisen ist so eine veraltete Ressource. Die werden wir höchstens noch für die Eisenbahnlinien brauchen. Aber das kannst du jetzt haben, das Eisen. Pump mich ruhig mit diplomatischer Gunst vor. Da habe ich absolut nichts gegen. Ich kann das gebrauchen. So, ähm... Hm. Nee, meine Kohle möchte ich dir tatsächlich nicht geben. Wir kommen nicht ins Geschäft. Wir kommen hier nicht ins Geschäft. Nein. Hm. Ich weiß, ihr seid jetzt alle ganz scharf auf meine Kohle, weil ihr die selber nicht habt, aber nein. Ganz einfach nein. Und jetzt handelt Mali mit Inka. Wow. Alles klar. So, ähm... Ja, ich glaube, unser Freibeuder hat ein bisschen was zu tun und wird sich jetzt diese... diese norwegische Karabelle hier schnappen, ne? So, Piraten! Äh, ja, hier, Piraten. Du sollst sie übernehmen. Hä? Was tust du denn? Habe ich mich verklickt? Warte mal, ist das... Ist das jetzt ein anderer Knopf? Habe ich mich gerade... Also, ich meinte, damals war rechtsklickentern und nicht der Fernschuss. Haben die das irgendwie abgeändert? Hm. Na gut, dann schicken wir mal mit meiner Brigatte. Also, ich weiß jetzt nicht, wieso ich die gerade nicht geändert habe, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das gerade nicht getan habe, aber ich habe es nicht getan. Ach, ganz ehrlich, so eine norwegische Karabelle braucht sowieso niemand. Ach so, mit dir wollte ich hier oben hin, ne? Ach lol, hier ist ja ein Vulkan. Das sehe ich ja jetzt erst. Na dann, lauf mal los. Schaffst du das schon alleine? Da oben ist eh kein... Da oben ist ein Barbarenlager. Alles klar, Muskeltier, komm mit. Da oben hat sich ein Barbarenlager gebildet. Wie frech ist das denn bitte? Okay. So, meine Allianzen sind abgelaufen. Das ist natürlich großartig. Als ob ich noch weiß... Oh Gott, ey, jetzt geht das schon wieder los, ey. Okay. Wir hatten eine Handelsallianz, ne? So, ähm... Wir... Warte mal, warte mal, warte mal. Was hatte ich denn? Boah, mit ihr hatte ich eine Militärallianz. So, Militärallianz. Zack. Mit wem hatte ich denn nochmal Forschung? Mit ihm hier, oder? Ich glaube, mit ihm hatte ich Forschung. So, gar kein Problem. Mit ihm hatte ich, keine Ahnung, entweder Kultur oder Glauben. Ich meine es einfach mal Kultur. Jo, finde das gut. Machen wir. Und dann machen wir mit Japan gerade noch Glauben. So. Läuft. So, hätten wir das auch geklärt. Und ihr beide ist mir eigentlich relativ egal. Alles klar. So. Energie. Energie, Energie, Energie. Dieses Gebäude benötigt eine Fabrik. Ja, das sehe ich. Ähm, ich bräuchte hier... Ach ja, das wäre die Stadt mit den übelsten Nahrungsproblemen, ne? Könnte mal eine Fabrik bauen. So, hier wird der Staudamm gebaut. Ähm, was brauche ich denn für die Technologie, wo ich mit dem Staudamm auch Strom erzeugen kann? Das ist der Kanal, das meine ich nicht. Wo ist denn das? Sanitäter, blablabla, Nahrung, das ist gut. Ähm, Umstellung auf Kohle, Kohlekraftwerk, Ruhrgebiet, Fabrik. Fabrik. Oh. Energieladung, 2 Energie. Ah, hier haben wir es zum Beispiel. Die Fabrik macht plus 2 Produktion und nochmal plus 3 zusätzlich, wenn die Energieversorgung, ähm, da ist. Okay, die Energieversorgung wäre aktuell nicht da. Ja, warte mal, aber konnten wir Fabriken nicht schon vorher bauen? Bank. Was war denn das, wo man mehr Gold bekommt? Wahrscheinlich dann die Weiterentwicklung... Ah, Börse war das hier. Das, das meine ich eben. Börse, das war nicht die Bank, das war die Börse. 7 Gold bringt die Börse und nochmal plus 7 zusätzlich, wenn die Energieversorgung stimmt. Okay. Wir müssen jetzt hier richtig, richtig mal zusehen, dass wir hier eine, eine, eine Stromversorgung hinkriegen. Also die Stromversorgung wird echt die nächste große Herausforderung. Blub braucht Strom. Blub braucht Energie. Ich würde vielleicht sogar mal etwas ausprobieren. Und zwar hier mit dem Kanal-District tatsächlich. Und zwar, wenn diese beiden Städte hier und hier einen Kanal bauen würden und ich hier nur eine Stadt hin kloppe, die hier einen Kanal bauen, kann, kann ich dann von diesem Ozean über das Tote Meer hier hinfahren mit meinen Schiffen? Das würde ich vielleicht gerne mal ausprobieren. So, ähm, du wirst einmal bitte feuern. So, Freibeuter, wieso wolltest du jetzt eben das Schiff nicht übernehmen? Fernangriff. Wieso hat das denn jetzt eben nicht funktioniert? So, Flussüberschwemmung interessiert mich nicht, war nicht dabei. Quellen erhalten. Aha. Aha. Wir bleiben hier erst mal auf euch Posten. Dann bräuchten wir hier jetzt eigentlich auch mal ein Industriegebiet, einfach für die generelle Stromerzeugung. Und zwar errichten wir mal hier ein Industriegebiet. Hier kommt ja dann später noch ein anderes hin. Hier könnten wir mal einen primitiven Markt errichten. So, der nächste Weltkongress steht bevor. Ich sammle mächtig, mächtig Kohle. Also eigentlich müsste ich, äh... Ja, ich glaube, die Kohlekraftwerke könnten das tatsächlich werden. Oh, das wird die Polkappen gar nicht freuen. Nein. Nein, 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 nein. Meine Kohle bekommt ihr nicht. Und Spaß, baut eure eigene Scheißkohle ab. Baut eure eigene Scheißkohle ab. Wenn ihr die Polkappen schmelzen lassen wollt... Unser Volk wartet auf eure Befehle. Wir sind... Ja, ganz ruhig. Ein dunkles Zeitalter, ganz ruhig bleiben. Was das Schießpulver für den Krieg getan hat, tat der Buchdruck für den Geist. Ein häufiger Fehler, den Leute machen, wenn sie etwas völlig Idiotensicheres erfinden wollen, ist, den Einfallsreichtum von Vollidioten zu unterschätzen. Das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Ich glaube, ich möchte aktuell nichts ändern. Ihr könnt nun eine Sondersitzung des Weltkongresses einberufen. Warum das denn? Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich absolut überhaupt nicht. So, wo wollte ich mit dem eigentlich hin? Wie wäre es denn mal, wenn der hier oben hinläuft oder so? Dann hat der mal ein bisschen was zu tun. So, du kannst dich eigentlich mal genau hier an Ort und Stelle ausfallen. Und der Freubeuter wird den Norweger jagen. Der muss ja hier irgendwo sein, oder? So, die beiden schweißen wir mal zusammen. Wen will mal eine Widmung? Ja, guck mal, die NPCs haben auch tatsächlich Probleme. Japan in einem dunklen Zeitalter, die Inka, Harald auch und Zülemann auch. Und die anderen sind alle in einem normalen, außer Georgien hat ein goldenes. Ja, das bringt absolut gar nichts. Das habe ich gemacht, das sollte aber nicht... Gewährt plus ein Zeitartpunkt für jedes im Industrie Zeitart oder später errichtetes Gebäude. Versuchen wir mal das. Kanal, Eisenbahn... Panama-Kanal, das Wunder. Wir gehen mal über die Astronomie erst mal. Schauen wir mal, was da so geht. Und das dauert nur eine Runde, das nehmen wir einfach mal gerade mit. So. Ähm. Ja, Shit, du kannst jetzt natürlich gar kein Industriebezirk mehr bauen. Ein Spion wird mir hier vorgeschlagen. Ich brauche Strom, Leute. Ich brauche verdammt Strom. Ähm. Mach mal die mittelalterlichen Mauern, dann hast du was zu tun. Wir haben einen Gouverneurstitel. Ähm. Magnus. Du hattest, glaube ich, eine sehr coole Fähigkeit, oder? Ähm. Hä, 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 hä. Dafür müsst ihr hier jetzt das machen. Erhöht die Energie, die Pro-Ressource des Kohle-, Öl- und Atomkraftwerks erzeugt um eins und die Produktion um plus zwei. Das hört sich natürlich nicht schlecht an. Dann müsste ich aber tatsächlich Wasserwerke machen. Macht keinen Strom? Das ist ja auch komisch. Oh, hier. Erneuerbare-Energien-Subvention. Alle Offshore-Windparks, Solarfarm, Windfarm, Geothermione erhalten plus 2 Energie und plus 2 Gold. Wann ist das? Hier unten erst. Ach, du heilige Scheiße. Das heißt, ich bräuchte insgesamt 4 Gouverneurtitel. Aber das wäre doch vielleicht mal... Das ist natürlich jetzt die Frage... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nein, das wollte ich doch überhaupt nicht. Das ist natürlich jetzt die Frage. Was machen wir? Machen wir erst hier die beiden Beförderungen mit Magnus? Oder gehen wir jetzt schon auf die... Wann kommt denn die erneuerbare Energie hier im Forschungsbaum? Die kommt doch sicherlich noch nicht hier im Industriezeitalter, sondern erst hier in der Moderne, oder? In der Moderne kommt ja auch erst das Öl. Oh, hier ist erst der Staudamm, der Strom bringt. Ach, du Scheiße. Das dauert ja noch richtig lange. Aber wo ist denn quasi hier Wind- und Solarparks? Hier ist ja schon quasi Wettlauf ins All. Flughafen. Bohrinseln. Das muss doch hier irgendwo kommen, oder? Der Lebensmittelmarkt. Umstellung auf Öl. Oder kommt das erst im Atomzeitalter? Aber hier kann man doch dann schon... Atomreaktor. Geothermiekraftwerk. Das kommt erst hier hinten. Okay, wo kommt denn Solar und Wind? Hier kommt erst der Windpark. Ach, du Scheiße. Im Informationszeitalter. Das ganz neue Zeitalter, wenn man es so nennen will. So in dem Sinne. Marskoloniestart. Und hier sind die zufälligen Sachen. Riesenkampfroboter. Solarpark. Ach du, okay. Okay, 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 okay. Also erneuerbare Energie brauchen wir uns. Okay. Ich würde vorschlagen, wir... Wir nehmen uns... Erstmal eine Beförderung für den guten Magnus. Und zwar die Überschusslogistik. Damit wir Unternehmer machen können. Weil das werden wir brauchen. Und danach machen wir Reina. Weil ganz ehrlich, bis wir bei Solar und Windpark angekommen sind, das dauert noch 100.000 Jahre. Also ich gebe ihm hier die Beförderung. Und wir gehen dann so schnell wie möglich dann auf das. Regionen nach hier wechseln kann ich auch noch nicht. Politik ändern möchte ich nicht. Okay. Hier baue ich eine Fabrik. Die produziert wesentlich mehr, wenn ich dort Strom hätte, was ich nur nicht habe. Ansonsten... Okay, also... Diese Stadt bräuchte als erstes Strom... Au! Hier war ja was. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist... Ach, hier ist sie. Ja, großartig. Ja, komm. Äh, ich kaufe immer gerade einen Handwerker. Der müsste jetzt ja... Vier Aufladungen haben. Ähm... Und dieser Handwerker... Den werde ich mal... Hier hinschicken. Der soll das Eisen reparieren. Damit ich das nicht vergesse. Ich schicke den erstmal schon mal automatisch dahin. Und danach kann der auch noch hier oben hin. Mensch, hier ist ja richtig viel kaputt gegangen. Okay. Strom. Wir brauchen Strom. Strom. Ich brauche Strom. Ich baue Kohle ab. Ich... Ich brauche Kohlekraft. Nein! Voll nein! Vergiss es! Los geht los, ey! Ja, genau. Kloppt euch hier mal. Kloppt euch hier mal. Das ist mir komplett egal. Aber das heißt... Um das Kohlekraftwerk zu bauen, brauche ich die Fabrik. Aber die Fabrik arbeitet ja erst komplett gut, wenn ich das Kohlekraftwerk habe. Das heißt, ich muss erst die Fabrik bauen, die nicht richtig arbeitet, um das Kohlekraftwerk bauen zu können, damit die Fabrik noch besser arbeitet. Verstehe ich das richtig? Ich glaube ja. Also ich muss eh erst mal die Fabriken bauen, um die Kohlekraftwerke hochzuziehen. Hört zu! Fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so eine wässrige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt hat. Wow. Alles klar. Vorschläge prüfen. Sollte, das ist mir komplett egal. Ich mach da gar nichts. Das geht mir aber gepflegt irgendwo weit hinten irgendwie vorbei. Das hätte ich gerne. Neue Regierung möchte ich nicht. Ich würde gerne hier zur Demokratie zum Beispiel. Oder zum Kommunismus. Eins von beiden wahrscheinlich eher Demokratie. So, wo ist der Norweger hin? Hat er sich jetzt hier komplett verpieselt oder was? Es sieht fast so aus. Meine Piraten finden kein Ziel. Okay. Wieso brauche ich denn hier noch einen Siedler? Also der soll hier die Stadt gründen, damit ich hier einen weiteren Campus machen kann. Scheiß auf die Kohle. Ach ja, ihn hatte ich glaube ich gebaut, weil ich irgendwo hier oben noch Kohle vermutet habe. Das einzige, was ich machen könnte, ich könnte hier eine Stadt hinsetzen, um mir das Salpeter und das Eisen noch zu schnappen. Aber Kohle an sich ist hier jetzt nicht. Also ich baue ja schon hier ordentlich Kohle. Aber ich habe schon 44 von 50 Kohle. Mein Lager ist schon gleich voll. In 25 Runden ist hier erst die Fabrik fährt. Aber ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Soll ich mir die Fabrik hier einfach kauf? Och ach du Scheiße. Okay, vielleicht kauf ich mir die doch nicht. 25 Runden. Wenn ich hier den Nahrungsfokus raus mache, nur noch 19. Aber dann verliere ich hier in minus 13 Runden einen Bürger. Aber dann ist es 21 Runden. Und hier sogar, wenn ich Produktionsfokus mache, dann verliere ich in minus 7 Runden schon einen Bürger. Aber es ist in 19 Runden schon fertig. Wir behalten diese Stadt beim Auge. Ich werde das nicht durchziehen, aber ich möchte die Fabrik hier gerne vorantreiben. Ja und hier muss noch überall was gebaut werden erstmal. Ich frage mich, wie gesagt, wie ich das hier mache. Habe ich hier... Ich habe hier nämlich keinen Staudamm. Kein Industriegebiet. Wie soll ich denn hier Strom hinkriegen? Oder... Oder machen die Kraftwerke das irgendwie in einem Umkreis? Also, das mit Energie muss ich, wie gesagt, noch echt ausprobieren. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich brauche Strom, aber ich hab keinen. So, der Weltkongress. Was haben wir denn hier? Ein Stadt-Stadt-Notfall. Freunde, also ich hab daran, ehrlich gesagt, kein Interesse. Ich möchte da nicht mitmachen. Zwei Stadt-Stadt... Nee, also... Ihr könnt gerne da was machen. Es ist mir komplett egal. Aber ich hab da echt kein Interesse, da irgendwie aktiv zu werden. Deswegen werde ich bei beiden einfach mal meine kostenlose Stimme dagegen machen. Macht was ihr wollt. Ist mir egal. So, gucken wir mal. Okay, die beiden Sachen gehen durch. Das hier wurde abgelehnt. Wie sieht es hier mit der diplomatischen Gunst aus? Irgendjemand, der uns gefährlich werden könnte? Ja, bei Gilgamesch könnten wir mal ein bisschen einkaufen. Sternenkunde ist es, die eine Seele nötigt, ihren Blick nach dem Überirdischen zu richten und sie aus dieser Welt in eine andere führt. So, so. Ist das so, ja? Oh, Pignire, wie niedlich. Eine französische Karavelle mit Frankreich habe ich Frieden gemacht. Ah, schade. Schade. Ich war gerade am überlegen, ob ich das vielleicht einnehmen könnte irgendwie. Ei, ei, ei. Eine Stadt hungert. Wie eine Stadt hungert. Ach so, die. Ja, ich hab das doch im Auge, Freunde. Ich hab das doch im Auge. Also, man kann hier am Anfang ja eigentlich nur auf Kohle gehen. Also, es bleibt einem jetzt nicht wirklich eine Wahl. Wie sieht denn das, das Weltklima aus? Hat hier schon irgendjemand irgendwas gemacht? Ähm, CO2-Konzentration? Gar nix. Globale Temperatur, gar nix. Null Prozent, Null Meter. Also, bisher hat noch niemand ein dreckiges Kohlekraftwerk gemacht. Also, bisher kann sich das Weltklima noch nicht beschweren. Bisher sind hier alle ganz lieb. Aber das wird sich vermutlich gleich ändern. Dann vermute ich mit mir. Also, äh, ja, Freunde. Holt schon mal eure Schlauchboote raus. Gleich geht's hier für alle ein bisschen ins Wasser, hab ich gehört. Oh, Mann. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich bin echt gespannt. Holt eure Badehosen und Bikinis raus. Gleich wird's hier nass für alle. Ich seh das schon. So, du gehst mal hier oben hin. Zu dieser Stelle. So, möchte ich die Stadt denn genau hier gründen überhaupt? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Genau hier. Ein Zeitalterpunkt. Oh, Plänkler. Das ist natürlich... Warte mal. Warte, wait, wait, wait. Werfen Plänkler nicht eigentlich mit Speeren oder so? Wieso haben die denn hier im Buchen? Okay, ähm... Gut, wir reifen mal diese Plänkler hier an und machen die jetzt mal fast komplett weg. Dass sie schon mal gar keinen Schaden machen. Ja, der Handwerker, der würde ich sagen, wartet erst mal ein bisschen. So, hier fahren wir mal... Ah, Hallöchen! Na, Norwegen? Da haben wir dich doch wieder gefunden. So, Freunde, ich brauche Strom. Aber ich habe hier auch kein Industriegebiet und auch kein... und auch kein Staudamm. Wie soll ich denn hier... So, ich habe hier 50 Co... Alter, wie soll ich denn hier irgendwie mal... Aquädukt für Wohnraum würde hier natürlich Sinn machen. Wie soll ich denn hier... Oh Gott, ey. Also das mit dem Strom ist gar nicht so einfach, ey. Ich bin da gar nicht so wirklich drauf vorbereitet. Aber ich könnte mal hier was für mehr Wohnraum tun und hier ein Aquädukt hinstellen. Tun wir hier mal ein bisschen was für den Wohnraum. Hier habe ich auch kein Industriegebiet. Hallo, Freunde. Das ist alles nicht so ganz optimal hier. Hier würde ich gerne das Monument auf jeden Fall kaufen. Und den Kornspeicher. Ansonsten geht hier bei der Stadt hat halt einfach mal gar nichts. Ähm... Ja, ne. Und was bauen wir dann? Das ist eine gute Frage. Stadtmauern. Handwerker, Spion, Schwertkämpfer. Die Funktion ist hier halt einfach so mega schlecht. Ich weiß nicht, was wir hier anders bauen, außer halt gerade Stadtmauern. Freunde, wir brauchen Energie. Die erste Fabrik wird gebaut. Ich brauche Energie. Ziemlich zügig, wenn ich bitten darf. Ah, interessant. So, und wie erwartet habe ich gar keine Loyalitätsprobleme durch das die Zeitalter. Passt. Bild, den Ungeheuren und Starken. Drauf zwei Städte auch schuf er. So sieht es aus. So, dann greifen wir mal hier als nächstes an. Ach, das Barbanlager wurde aufgelöst, weil ich die Stadt direkt daneben gegründet habe. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Mehr Wohnraum benötigt. Ja, gleich. Wehe, hier kommt jetzt irgendeiner. Ey, wo ist er hin? Hallo? Ey, er ist weg. Dieser feige Norweger. Hier wird auch noch mehr Wohnraum benötigt. Ei, 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 ei. Also, ich bin an diesem Wunder ja prinzipiell schon mal interessiert. Das kann man jetzt ja nicht so abstreiten. So, hier brauchen wir ein Industriegebiet auf jeden Fall. Ja. Oh, das dauert aber alles. Ich hätte mehr auf Industriegebiete setzen sollen, habe ich so das Gefühl. So, wie war hier noch mal dein Kurs für 20 diplomatische Gunst, mein Freund? Es war nicht 100. 120. Geht auch vielleicht 110. Ja, komm, hier. Kaufen wir ihm mal ein bisschen diplomatische Gunst ab, um ihn unten zu halten. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, die nächste Sitzung des Weltkongresses. Was haben wir denn hier? Verdiene doppelte Punkte bei großen Persönlichkeiten dieser Klasse? Es wurden keine Punkte bei großen Persönlichkeiten dieser Klasse verdient. ich mache mal hier meine kostenlose stimme dagegen hier große wissenschaftler sind vermuten sage ich einfach mal so handelswege an den gewählten spieler gewähren dem absender plus viel gold der gewählter spiel erhält plus 1 handelskapazität dann bin ich dafür und ich wähle da doch einfach mal bilgamesch da gebe ich sogar mal zehn diplomatische gunst aus für eine zweite stimme schauen wir mal ob es etwas bringt ich möchte wie gesagt ich nicht zu viel investieren aber passt schon schauen wir mal das reiche ich so ein mal gucken was der weltkongress abstimmt okay das ding ist durchgekommen aber es ist der große general geworden kann mir recht sein das hier ist auch durchgekommen aber es ist nicht gilgamesch geworden sondern tamar mit georgien lol gilgamesch hat seine ganze diplomatische guts verballert okay dann können wir ja bei den inkas jetzt mal ein bisschen einkaufen oh gott wir werden das so diplomatisch gewinnen denke ich so plus ein zeitalterpunkt sehr schön wo ich bekomme eine große persönlichkeit das ist ja das ist ja passen sage ich mal den haben wir denn ein großer händler ja der kann gerne kommen ein großer händler ja genau ein großer händler was kann der denn schönes 500 gold und zwei gesandte das nehme ich doch sehr gerne das gefällt mir doch außerordentlich gut ja da oben sind die so du kollege kannst ja von mir aus kannst du gerade mal das spezialgebäude bauen von mir aus so wo ist der norweger hin wo ist die sau ich finde mich ich finde ihn einfach nicht ja der wohnraum ich weiß doch vor nicht weiß doch das aquädukt wir machen hier mal das aquädukt hin für mehr wohnraum so hier noch drei runden das müssen wir auf jeden fall im auge behalten so können wir mit unseren fünf gesagt noch irgendetwas machen das hier könnten wir machen dann hätten wir noch zwei machen wir das mal dann sind wir nämlich wieder bei plus zwölf diplomatischer wunst weil uns ihre waren wieder quasi zuhört dieses gebäude benötigt eine fabrik aber habe ich hier nicht schon habe ich hier schon ein industriebezirk habe ich so wenige in der industriebezirk gewaltt hier hier du hast doch ein industriebezirk oder ja hier ganz ehrlich ich kaufe hier einfach jetzt mal die fabrik hier kommen zack so hier haben wir jetzt die erste fabrik in der nächsten runde wird die bank fertig und dann schauen wir mal wie es mit dem kohlekraftwerk aussieht ich muss jetzt mal energie putzieren weil ganz ehrlich dieses ding steht so zentral wenn das hier diese ganze städte mit strom versorgen kann wenn das so funktioniert das wäre sehr sehr stark ich muss sagen schluck trinken ach komm was willst du denn jetzt hier ja hier wärt mal zum musketier wärt mal zum musketier ich blockiere das einfach wenn wenn ihr kohle haben wollt dann dann baut kohle ab werden wir jetzt schon in stadtstadt weggeschnappt freunde das geht so nicht in dieser stadt kommt die arbeit nur stückweise voran da in er ja ich musste das doch bauen sonst kann ich doch kein kohlekraftwerk errichten freunde so ihr macht mal den hier weg aber jawoll knallt ihn um so du kümmerst dich hier um dieses gimme fällt oh das ist so witzig moment 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 alarm alarm hoch hier wo ist dieser verdammte norweger das kann doch nicht sein so was haben wir hier ach feß wer hat mir den feß jetzt weggenommen harald nö feß hole ich mir wieder das sehe ich gar nicht ein feß hole ich mir einfach wieder harald das kannst du aber ganz ganz geschmeidig vergessen ey so klicken wir das hier mal alles weg so ja hier fehlt es an energie hier sieht man auch mit zwei energie kann diese stadt verbessern wenn ich arbeite dran freunde ich arbeite dran und diese stadt hier stadt benötigt nahrung oh ähm liang warte mal warte mal oh äh liang ich habe etwas völlig verpennt würdest du bitte mal ganz ganz schnell hier hingehen in fünf runden da kann ich nämlich hier diese fischzuchten bauen das habe ich ja komplett vergessen ey ok so kohlekraftwerk dauert natürlich elf runden das kriege ich in dieser folge gar nicht mehr hin ok ähm wie viel kohle mache ich aktuell pro runde ich mache aktuell sechs kohle pro runde und das kohlekraftwerk braucht ein kohle für vier energie wie viel energie fehlt mir hier ähm ich brauche zwei energie für die fabrik die ich aktuell nicht habe das ist die fabrik arbeitet zu langsam elf runden das ist nicht viel das geht und du produzierst vier das heißt ich werde hier mal das kohlekraftwerk bauen dann habe ich vier energie treibe den klimawandel voran ähm brauche nur zwei energie wegen der fabrik das heißt ich hätte noch zwei energie für die börse oder ah shit braucht drei energie ok aber zählt das denn nur für diese stadt warte mal warte mal warte mal warte mal aber starke co2 belastende atmosphäre ähm umkreis von sechs geländefelder ok warte mal sechs geländefelder so warte mal hier stellen wir das mal gerade raus wir machen das mal wieder auf nahrungsfokus sechs geländefelder also das heißt diese stadt wäre mit strom versorgt eins zwei drei vier diese stadt wäre mit strom versorgt eins zwei drei vier diese stadt wäre mit strom versorgt eins zwei drei vier diese stadt und diese stadt eins zwei drei vier vier ohne spaß dieses kohlekraftwerk hier versorgt eins zwei drei vier fünf städte mit ausreichend strom erstmal zumindest jedenfalls für die fabriken für die börsen bräuchten wir dann nochmal ein bisschen strom das heißt diese ganze städte wären erstmal mit strom versorgt das heißt diese beiden müssten sich was eigenes überlegen die hier hat aktuell andere probleme und die hier müsste sich was eigenes überlegen ok ok ich glaube ich habe das strom prinzip verstanden ich habe das strom prinzip verstanden es funktioniert echt mit so einem umkreis das ist ein sehr interessantes prinzip erfolg sehr schön du wartest da mal du knödelst die nieder so du errichtest hier eine mine du suchst nach schäbigen norwegern die du nicht findest ähm hier errichten wir eine universität wir sind aktuell bei über 100 wissenschaft die runde das ist doch bestimmt gar nicht mal so schlecht oder schauen wir doch mal ja wir sind immer nur noch im unteren mittelfeld schauen wir mal plus 103 was macht sie kann ich nicht genau sehen was er macht kann ich auch nicht genau sehen aber hier sehe ich plus 99 36 technologien ach jetzt sehe ich das hier 100 103 ach deswegen ist sie vorne wir haben gleich viel technologien aber sie macht mehr die runde dieser dieser dämliche anzeige fehler wir holen aber eigentlich auf ok nächste runde ich denke das wird dann auch erstmal die letzte runde sein für diese folge dann haben wir das mit dem strom auf jeden fall in dieser folge rausgefunden wie das funktioniert das freut mich dann bin ich gespannt ob ich das in der nächsten folge anwenden kann hier im industrie zeitalter so ihr beide werdet euch hier mal verbinden ähm ja was machen wir mit dir eigentlich mal ne das ist eine sehr gute frage ach ganz ehrlich das gelinde fällt kaufe ich mir mal das seit peter hole ich mir auch noch auch wenn ich es nicht brauche ich hole es mir einfach mal tja hier gibt es nichts weiter zu sehen unsere Piraten finden einfach kein Ziel ok dann haben wir unsere grundlegenden Fragen und unsere grundlegenden Probleme eigentlich soweit geklärt ähm dieses Industrie wird dafür zuständig sein diese 5 Städte hier mit Strom zu versorgen die liegen alle im Radius des Kohlekraftwerkes ich kann nochmal abschließend gucken hat schon jemand irgendetwas gemacht nein bisher gibt es 0% CO2 Konzentration die Welt ist noch komplett sauber aber ich sag mal so in 9 Runden wird sich das ändern ich glaube ich werde derjenige sein der diesen Planeten wird uns in in Waterworld 2.0 verwandelt habe ich so das Gefühl ja in 9 Runden ist es soweit dann beginnt der Klimawandel hier ich brauche Energie ich brauche Strom und das geht nun mal jetzt erstmal nur mit Kohle ich werde in erneuerbare Energien setzen auf jeden Fall aber ich habe jetzt am Anfang halt nur die Möglichkeit mit Kohle und später mit Öl weil die Techniken kommen halt alle so spät die ich kann es ja nicht ändern die Techniken kommen ja nicht eher ja wie es hier weitergehen wird in der nächsten Folge mit dem Klimawandel und dem Nahrungsproblem hier wo ich hier noch Fisch suchen bauen muss das sehen wir alles in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein bis dann und ciao